Herzlich Willkommen Leute, hier ist Grubb, nicht herzlich willkommen, drückt doch einen Trick mit... ZEV! Und dieses Mal werde ich die 100.000 Punkte knacken. Oder wird ZEV etwa seine Rache bekommen und gewinnen? Jump-Scare-Feeling Wuhu! Oh Gott, alright. Never been so easy Bop, 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 bop Runi, runi, miam, miam, miam Lass mal sehen, was du hast Scheiße, okay Runi, runi, miam, miam, miam Zauberschloss, Gefahrensicht, Drohnensicht, Geisterflamme und... Und durch Tringung Wuhu! Wir sollen einfach eine komplette Folge nur singen und einfach nicht kommentieren Die Sing-Challenge Oh Gott Eine Million Klicks 24 Stunden Sing-Challenge Singen-Prank ging schief Ganz sexual Polizei gerufen Das ist fast realistisch, muss ich sagen Oh, du singst so schön Ich glaube, ich mache meine Hand dir... Oh, oh Ich glaube, ich mache jetzt mit dir rum Ich mag deinen Gesang Ich glaube, ich werde dich jetzt anfassen Ich glaube, ich muss sofort mit dir rum machen Ich habe keine andere Wahl, es tut mir leid Verzeihe mir Geschlechtsorgane Ich werde den Geschlechtsorgane in meine Hand nehmen Oh no, don't do that Don't, no, oh, okay In die Hand In die Hand Oh, das ist meine Nimm ich jetzt mit Was nimmst du mit? Deine Geschlechtsorgane Und die Kugel mit der ich gerade einen Punkt... Oh, du hast auch einen Punkt gemacht Wiii Wiii Ist irgendwo reingegangen Wow, ne Blitzfalle Mensch, wie das ist Ich habe schon vergessen, wo ich die Scheiße hingemacht habe Wo ich die vor zwei Sekunden gelegt habe Nein, das kannst du gleichzeitig reden Super Heute noch ne Runde, dann steigt 1,2 Mark 30 Oh Sag deine Mutter Warte, tut mir leid Ich habe was für dich Ok, wo bist du? 3 2 1 Geisterflamme Wow Fuck Ich habe gar keine Geisterflamme Mist Das war gruselig Ich hatte eben ne Geisterflamme Bei mir ist alles dunkel Warum hast du alles dunkel gemacht? Ich mag das nicht, es ist dunkel Es ist sehr dunkel Ich mag es nicht, wenn es dunkel ist Es ist dunkel, ich habe gar nichts dunkel gemacht Echt nicht? Mir war einfach alles dunkel Das war gruselig Ne, voll echt nicht, ey Ich schwöre, das war das Spiel Hast du hackt oder so? Wo ist denn meine Kugel? Gehackts in Hide and Shriek Klamabahn wegen Hacking Geil Aimbot in Minecraft Wo bist du denn? Oh, schau mal her Ich will einfach mal gewinnen Oh, oh, hallo Hallo, buddy Nein, ich bin so Ich was? Unfassbar dämlich Ich was? Ich habe so viele Fallen Ich weiß gar nicht mehr Wo jetzt eine hochgehen wird Wenn du reinläufst Ich glaube, es ist gar nicht smart Mehrere Fallen zu machen Ähm Das ist aber ziemlich gut Was ich hier gerade gefunden habe Ich glaube, das werde ich benutzen Ja gut, du bist da einfach reingelaufen Ich weiß nicht wo Das ist cool Ist das scheiß Spiel? Ich weiß Ich weiß Lass es alles raus Wo ist mein Orb? Warum schwindet der? Ich finde es einfach super Wenn irgendeine Person jetzt alle Parts in Folge guckt Und einfach sieht wie mit jedem Part Oh fucking hell Wie du mit jedem Part einfach angepisster und angepisster wirst Und irgendwann im Part zwölf Halt deine Maul jetzt mach einfach Vielleicht block ich dich auch einfach auf Steam Fuck Und dann können wir gar nicht mehr CSGO spielen Wisst Verdammt 10.000 Punkte Ja Nice Ich hab jetzt 40.000 Yay Rage Rage quit Rage quit Enlightened Shriek Gruselig Wo bist du denn? Youtube Trends Ja Rage quit Enlightened Shriek Nein, nein, nein Mann Bist du doof Wo ist denn die? Bist du grad an mir vorbeigelaufen Während ich mich selbst in der Nö Warum jumpscarst du mich nicht? Ich weiß doch nicht wo du bist, alter Hast du mich grad echt nicht gesehen? Gäste Flamme Warum feuert der nichts? Ich bin super Der feuert nichts ab Das Spiel mobbt mich Das stimmt Ich hasse dieses Spiel Ne, das nimmt jeder auf Katze mich an Wollen wir auch ne Folge aufnehmen? Nö Okay Ich hab doch gesagt, nein, hör doch mal zu Okay, na gut Okay, na gut Was ist das denn hier? Weil du's bist Ja, vielleicht Gucken Bam What? Hab ich noch einen Punkt bekommen? Please Yes Ich hab einen Punkt noch bekommen Ja egal Worth it Ich hab dich gejumpscared, das wollte ich nur Kann ich bitte ein paar Lohnungen haben? Ich hab dich gejumpscared Kommentare please Bitte like dieses Video, wenn ihr wollt, dass ich mal gewinne Ich hab das Video, wenn ihr Jumpscares mögt Ihr seid für mich, ne? Ja Ihr wollt es nicht Ihr seid meine einzige Freunde Mhm Bin ich wirklich ein einziger Freund? Die noch extremere Maske Die extremste nächste Maske Die ultra extreme Maske Meine Maske Die Todesmaske Selbst Gesicht als Maske Hast gestorben Warnung Jumpscares zu heftig Nicht vom Schlafen schauen Jumpscares Maske Du was würd ich nie machen Dieser Jumpscares tötete deine Familie Warnung Dieser Jumpscares klaut dein Auto Was? No! No you can't Fuck off No I don't Geh weg No! Wenn du jetzt nicht nochmal jumpscares wirst du gewonnen Das will ich nicht Wiii Fuck you Ich hatte den müdelsten OP Zauberspruch Das war vielleicht schon ein bisschen nicht balanced Wtf das war ein fucking Köderleck Ich war es Ich war es Mann ich hab so viele Punkte und ich will einfach nur Mann ich bin Ich hab jetzt Angst um mich noch zum dritten Mal Jumpscares Weil das ist alles was ich habe einfach für die Katz Ist nicht so gut Ich werde gleich nach meiner eigene Falle und dann verliere ich deswegen Ist mir gut Ja ich hoffe Ja glaube ich auch Uiilto 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 Du hast mir gerade die Tür vor der Nase zugemacht Ah Aber ich bin hier nicht mehr Das war ich gern Das hab ich nur gesagt Das sag ich ja für die ganze Zeit Ich war gar nicht an der Tür Oh ich weiß Welche Tür? Gibt es denn Türen hä? Ich lau mich ganz im Gang in der Mitte rum Aber ich find nichts Wo ist mein Alter? Ist doch um so lange wie sie gespawnt Aber ich weiß nicht wo du eine Falle platziert hast Ich auch Wir werden es eh beide vergessen Und einer von uns rennen einfach rein Ja Weil die sich auch so gut unterscheiden lassen die Türen Mensch Das ist amazing Also Die sieht voll anders aus wie alle anderen Türen in dem Spiel Wieso was hab ich denn jetzt hier? Ich hätte gerne Eine Kugel Um die da reinzustecken Mhm Würde ich gerne machen Du verstehst was ich meine Muss ich noch einmal Jumpscaren ne? Ja deswegen spiel ich auch grad sehr aktiv Just saying Just saying Just saying Ich sag's nur Mach einfach ein paar Punkte Vielleicht gewinnst du doch mehr Man Ich weiß nicht wo du bist Ich weiß nicht wo du bist Ich weiß nicht wo du bist Sag einfach mal bitte Nur kurz Ich mach doch nix Ich bin bei einem Altar Einem? Einem Bist du sowieso nicht Du lügst doch sowieso Du bist doch nicht Du bist doch ein Lügenbaron bist du Du bist ein Lügenbaron Du bist ein Lügenbaron So wie deine Mama Wow 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 Du tust hier rumlügen Mach doch mal nicht Schamlos Er einfach lügt Bruder Er hat Scham gesagt Er hat Scham gesagt Loll Wo finde ich ihn? Loll Was hab ich denn jetzt? Durchdringung Soll ich dich durchdringen? Ja bitte Ja? Ja bitte Jetzt? Hier vor der Kamera? Ja jetzt? In diesem Moment? Bist du dir sicher? Nein kannst du nicht No ich vollidiot Ich vollidiot Was denn hast du dich getroffen? Oh Ich hab ein Spell gehabt wo ich dich sehe auf der Map Ja ich hab's gesehen Und ich dachte du warst vor mir Aber du warst hinter der fucking Wand Ich bin so trocken Achso ey Ich hab diesen Zauberspruch gemacht mit Durchdringung Ja Ich bin von einem Mord zum Anderen geblieben Oh du konnte ich mich nicht auch rein Ah du bist einfach nicht so nett von dir Du solltest du vielleicht nicht tun Hör auf damit Das solltest du vielleicht lassen Das solltest du vielleicht mal nicht tun Lass das Ist nicht fair Lass das einfach mal bitte Du willst dass das Spiel weiterhin fair bleibt Du willst doch noch weiterhin mit mir aufnehmen oder? Du magst mich doch oder? Du magst doch Abonnenten Wir sind doch Freunde Ja ich mag übrigens Abonnenten Abonniert mich please Abonnenten mögen hoffentlich nicht Alle Jeder Einzelne Wiii Points Dude Points Das Traurige ist Vielleicht kriege ich 100.000 Punkte Und verliert trotzdem Weil du mich dann Jumpscares Das wäre lustig Ey du bist auf dem Weg ne krass Ja ja ich weiß Deswegen hab ich grad Angst No Was no? Ja genau Oh ich bin so doof Nein Fucking hell ich hab nicht getroffen Oh no Ich hab echt Angst dass du einfach noch gewinnst Das wäre Oh da ist der Fall Echt? Ich muss dich noch einmal Jumpscaren Ja ja deswegen Eine Minute dreißig ich glaub das wird nicht Wenn du viel zu sneaky spielst Ich will halt meine Punkte auch noch haben Deswegen werde ich nicht so mega Okay aber ich sammle jetzt nicht vier Orbs noch Was? Yes Fucking hell Vielleicht reichen sogar die Punkte die ich jetzt hab Ja die reichen für 100.000 Vielleicht Ich weiß nicht man kommt nicht die Bonuspunkte an Okay Okay Ich trau mich ja echt keine Tür aufzumachen Ich weiß man sieht eigentlich wer da ne Falle ist Aber manchmal bin ich einfach blind und denke ich seh den Ich machs lieber nicht I don't know Okay ich such jetzt noch Orbs Okay Das machst du bestimmt Hast du grad gejumpscared ins nichts? Nein 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 Gar nicht Ja okay du hast mich Ich hab gejumpscared Yes Aber ich hab irgendwo ganz am Ende der Map irgendein Geräusch gehört So blum Ganz am Ende der Map Ja irgendwo Weil die auch so groß ist Ja ganz am Ende Irgendwo in der Ecke Ich weiß auch nicht wo Ja wo ist denn I'm scared Ich weiß Die letzten fucking Punkte haben Kriegst die nicht Kriegst die nicht Fuck Ich krieg halt echt nicht Echt nicht? Wenn ich jetzt nicht die hunderttausend Punkte bekomme Dann bin ich Mich leicht verletzt im inneren Daran bist du dann schuld Ich werd ich mir dann einfach bei Du bist bei 5 Minuten und 42 Minuten vorbei gelaufen Okay komm Please Please Ich hab bei deinem Altar gewartet ey Du kriegst aber noch die Bonuspunkte ne Nooo Nicht? Wow Das gibt's nicht Wieder 97.000 Du kriegst doch nicht man Na gut Ich hätte dich gejumpscared Wenn du jetzt zu deinem Altar gegangen wärst Hätte ich dich erwischt Ich war übrigens direkt daneben Ich hab da gecampt Zum Glück ey Ja ich war wirklich da und hab da noch eine Kugel gesucht Krass Krass Das gibt's nicht Hättest du eine gefunden dann hätt ich dich erwischt Also so oder so Ja ey Ich hätte irgendwann früher einen Punkt machen So der hätte ich vielleicht nicht bekommen Na gut Schade Cool cool Dann nächste Runde Dann werd ich hunderttausend Punkte schaffen Yeah Na mal sehen Wow Wow Mann Alright Runen werden gewählt Zauberschloss Das gleiche wie das letzte Mal oder? Ich glaub das Furchtding Furchtschloss oder sowas ist nicht dabei Oh ich bin blau Oh ich bin mal rot Mensch Rot gewinnt immer Ah wir sind auf dieser komischen Monster Map hier wieder Achso ja mit dem komischen Teleportationsding da Diesem Alien Teil Gut Ich finde immer im ersten Raum drei Dinger von dir Drei Naja Vielleicht hab ich etwas übertrieben Ach nur ein klein wenig Ne Ist schon Das ist doch wirklich drei Drei Eins, zwei Warte kannst du nachziehen Okay das ist ein bisschen unfair Warum? Bei mir ist grad der Alter zweimal im gleichen Raum gespawnt mit zwei Kugeln von mir What? Hab ich halt schon zwei Kugeln abgegeben Sehr balanced dieses Spiel Auch zwei Kugeln abgegeben Mann hör auf damit Ich muss gewinnen Just saying Just saying Just Just in my pants Oh Sehr gut Ich hab grad ein sehr gutes Dingens gehabt für den Anfang Same Eventuell etwas nützt Eventuell etwas nützt Nicht so gut Hello Eventuell Ich hab halt zehnmal gespielt Neunmal hab ich gewonnen Einmal du Das war glaub ich das Testspiel vor der Aufnahme Okay krass Aber hey Es ist etwas Ich habe ein bisschen angst von dir Ich auch Von dir? Kann ich verstehen Von deinem Spiegelbild ne Ja Disst Oh du hast was eingesammelt ja gerade Ne Doch ich hab's doch gehört Ne Das stimmt nicht Doch Doch du sammelst Das war schon ziemlich cool muss ich sagen Nein Ah Ich wusste dass du mich siehst Deswegen mich direkt nach vorne teleportiert Als die Kugel genommen hab Und hat das Ding noch abgegeben Na und? Ist mir egal Das schört mich nicht Du willst mir nur Jumpscannen Du willst gar nicht gewinnen Du willst einfach nur Schmerzen zufügen Eigentlich schon ja Fuck it Es reicht mir Ist mir eh egal alles Ach komm Was? Neue Sachen freiespielen? Wenn du nicht richtig spielst Dann mach das voll keinen Spaß Oh Gott Immer dieser Moment Man weiß Okay ich Jumpscale gleich Oh man genießt das einfach nur Schöner Moment Schmerzen zufügen Das spannt sich so leicht der Unterkiefer an Oh Oh ich konnte gerade gar nichts mehr sehen Okay ich dachte jetzt Ich dachte jetzt der Bild schon bleibt schwarz Oh Was? Was? Nein 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 Was ist das? Was ist das? Das ist irgendwas am Fenster Nein das kommt auf mich zu Nein lass mich in Ruhe Nein nein Quick 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 Nooo I got you Wenn man einfach nur hört wie die Gegner leidet Man einfach selbst überhaupt keine Ahnung was passiert Das ist immer schön I got you babe I got you babe Okay meine Punkt Ich hab fucking 70.000 Punkte Und wir haben noch 7 Minuten Was geht hier ab? Wir haben beide sau viele Punkte für die Zeit Oh Das klingt aber interessant Wait what? Keine Ahnung Mitfalle! Hier war gerade eine Wand und da steht Save Und dann komische Taste plus S Und dann Hide Komische Taste plus H What? What? Kann man sich da verstecken? Ich hab keine Ahnung Aber ich glaube das ist ein Joke Ich weiß nicht was die Taste bedeuten soll Das ist ein komisches Nuklearsymbol plus S I don't know Ich mach mal ein bisschen dunkel Hör mal auf damit man Nö höre ich nicht Jetzt hab ich doch Angst Angst im Dunkeln Äh diese diese Heilen Runen Was machen die eigentlich? Ich glaub die Resetten oben den Jumpscare Counter Ja ich glaub schon Ich bin mir nicht sicher Oh Kannste ja mal ausprobieren wenn du willst Nö Nö das will ich nicht Das muss auch nicht sein So interessant ist das jetzt auch nicht Finde ich Ich würd's eigentlich behalten Für immer Oh alter ich hab grad Ich hab grad Ey ich stand grad Direkt neben dem Altar Und hab ihn nicht gesehen Für ein paar Sekunden Fuck ey Ey diesmal diesmal schaffst du die 100.000 Ja außer du killst mich Irgendwie What? Great Warum? So was just happened Ey ich hab so ein komisches Addon gehabt Mit dem ich die Fallen anzeigen kann Ah ich glaub das war mein Mein Örlicht was dir folgt vielleicht Ich hab keine Ahnung Ich hab kein Örlicht Ich weiß nicht wovon du redest Ja aber schicken die dich irgendwo hin? Das tun die doch eigentlich gar nicht Weiß ich nicht Gute Frage Selbstverständlich gute Kirche Jetzt fang ich schon an zu sabbern hier Entschuldigung Okay Bam Genau Alter du hast aber auch viele Punkte Was geht denn hier ab? Wir spielen grad irgendwie weiter von Free Guck mal du hast echt genau viele Punkte Du könntest auch 100.000 Punkte schaffen theoretisch Ey du hast genau viele Punkte Ich will das auch viele Punkte Und so What? Okay ich kann ja nirgendwo durch Weil überall Fallen sind Ist nicht so geil Hm 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 Ah ne du hast nicht ähm Ah Oh Gott Hi Eigentlich was ich gerade sagen wollte Oh Gott Hä Ich hätte eine Zauberschutzdinges Ah Mist Das ist gut Wird trotzdem angezeigt Hast du mich erwischt hast Aber du bist irgendwo reingerater No 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 Aufhören Yes No Lass das Nicht gut Mann Jetzt habe ich aber auch meinen Orb verloren Willst du mich verarschen? Du wurdest auch getrackt von mir Du bist eine Falle reingelaufen So eine halbe Sekunde bevor du mich gejumpscapt hast Ah stimmt Ah das macht auch die Orbs weg Ja Fragezeichen Ja Generell Ich glaube alle ja Ne seriously ich weiß es nicht Ich weiß nicht ich glaube alle Fallen machen die weg Ja What wo ist mein What wo ist What Ach hier Hm Nein es ist so dunkel Nein es ist so dunkel So dunkel So dunkel Mach das nicht sofort an Sonst sind wir nicht mehr Freunde Great So viel Spaß Woi was ist das Oh Oh Mist Ja Okay Mann ich wollte den Zauber brechen beim Counterspell Aber jetzt funktioniert der gar nicht Ich habe ne 1000 Yay Yes Krass Nice Dude Vielleicht kriegen wir sogar noch mehr Weil ich meine wir haben noch 3 Minuten Zeit Mal gucken Oh vielleicht kriegst du sogar noch mehr Vielleicht kriegst du sogar noch mehr Vielleicht kriegst du sogar noch mehr Vielleicht kriegst du zweimal im Lotto gewinnen Haha Aber ich bin irgendwie ein bisschen unzufrieden Ich habe gehofft ich gewinnt zweimal Also durch die Nein Ich bin gerade durch Oh Oh Alter Alter ich gehe drüber Oh nein Ich kriege gerade panisch alle Knöpfe Ich habe gerade neue Anpassungsoptionen freigeschaltet Vielleicht kriegt man wirklich was zu 100.000 Nein Nein Das gibt's doch nicht I don't know what happens Wenn diese Scheiße dich einmal sieht Dann war's das Dann war's das Das rennt dir wirklich hinterher für ewig Dann bist du tot Dann war's das Das Spiel wird deinstalliert Du bist gehackt Ja ja Die kriegen deine Kreditkarte gleich alles Nein Da rennt sich denn alles rein Das ist super Problem ist ich kann nirgendwo raus Wirklich beide Türen in dem Raum wo ich bin sind mit Fallen Das hat gerade gar nichts gemacht man Okay Das klingelt Wenn ich mich bewege Fuck it So Ich habe mich jetzt selbst eine Falle übergeben Damit ich einfach raus kann Du weißt aber nicht wo ich bin Niemand weiß das Du weißt das weil ich das übelst bimmle Nimm das Glückchen weg man Ich höre dich aber echt nicht Doch jetzt Nein Ich hab gedrückt Ich höre es nicht mal nur Sondern ich sehe auf dem Boden so Schallwellen Scheiße Achso echt Ja Ah ok verstehe Ich glaube übrigens Ich hab auch gedrückt Ich hätte dich auch fast gejumpskate Wenn wir unten auf den Totenkopf gucken Und der so komisch seitlich guckt Ist die Gegner in der Nähe Ich habe noch nie wirklich drauf geachtet Hä wirklich Ja ja Guck die ganze nach vorne gerade Ja ja Und ich glaube wenn man neben dem Gegner steht Dann guckt der so ganz kurz seitlich So ein bisschen verwirrt Also das war gerade nachdem ich dich gejumpskate hab Vielleicht kam es auch einfach nur weil ich dich gejumpskate hab Aber ich glaube das bedeutet irgendwas Wäre interessant Weil wir können mal ab und zu drauf achten Und einfach instanten Jumps gedrücken Ok Krass Ok muss ich mal probieren Mhm Also muss ich mal gucken Wenn ich weiß wo ich Wo du bist Genau Das wirst du aber niemals wissen Mhm Doch werde ich Eids Nein Wirklich nicht Meinst du ich lüge dich an? Ich würde dich niemals anlügen Nein Würdest du nie Niemals würde ich anlügen Wo bist du? Ui Ey du hast aber auch gleich 100.000 Punkte ne? Alter Nein Echt? Ja Das ist 89.000 Alter Krass Krass Was ist denn mit der Runde los hier? Wir erwischen uns einfach nie Wir rennen einfach durch und machen die ganze Zeit unsere Punkte und ich lauf die ganze Zeit den gleichen Weg Ich bin nicht so smart Wo bist du denn? Ich würde dich ja schon gerne mal erwischen What the fuck is What? What the fuck war das? Was? What are you talking about man? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Da war gerade ein kleiner Schrumpfkopf Doch ist mein Bildschirm schwarz Ich bin gespannt Okay Ey ich hab auch fast Vielleicht kriegst du die Punkte sogar noch Krass Irgendwas ein, irgendeine Rune oder sowas Nein Ich hab random gejumpscared Ja gut War blöd Ich hab keine Rune mehr Yay Okay mal gucken Mal gucken Okay krass ey Aber beide super krass viele Punkte Oh Du riefst mal nichts Wow Ey gar keine Gar keine Bonuspunkte Ey aber fast 200.000 krank Krass Das war halt der höchste Score den wir jemals hatten Sogar zusammen Ja Über 200.000 zusammen Das ist krass Nicht schlecht Nicht schlecht Dafür wär die Folge doch mal einen Like wert Auf jeden Fall Oh Gott Ich guck mal was ich neues freigeschaltet habe Ja toll Jetzt häng ich hier wieder im Menü Nee nee Für Stachel Hab ich was neues freigeschaltet Was Stachel? Das ist ein Mord mit Stacheln im Gesicht Achso Ah hier Ach guck mal Den hab ich noch gar nicht so richtig gecheckt Der ist ganz cool Ähm Naja Relativ normale Hörner Ich weiß allerdings gar nicht Ich glaube den hattest du hier immer Stachel Der hatte ich eben die ganze Zeit ja Für den hab ich neue Augen Die ganz cool sind Mhm Ne ne neue Maske hab ich nicht Okay Hm gar nicht mal so viel Gut Dann würd ich nochmal sagen Schaut auf jeden Fall auch bei Zef vorbei Bei seiner Folge Und lasst ihm auch ein Abo da Abos sind gut Wir mögen Abos Yeah Alle Abos Und dann würd ich sagen wir uns in der nächsten Folge Von Halt & Streak Bye bye Haut rein Danke fürs Zuschauen Und Ciao